Mein Name ist Ute Hathier, bin 61, bin seit 1988 hier in der Mensa beschäftigt. Ich brauche den Stress, sonst bin ich nie glücklich. Nö, ist eigentlich überhaupt nicht stressig, für mich wenigstens, für die anderen sieht das ganz anders aus, also für die Arbeitskolleginnen, die sind gestresst, zum Teil, zum Teil sind sie aber auch entspannt, ruhig. Ein sehr freundliches Publikum seit 2-3 Jahren, das war davor ein bisschen anders, da waren die Leute ein bisschen stressiger, vielleicht auch ein bisschen genervter. Mein zweites Wohnzimmer. Was mich fit hält, ist halt, das sind eigentlich die Jungs, die hier arbeiten, die hier zum Essen kommen, zum größten Teil die Jungs. Ich habe früher mal was anderes gemacht, Herren-Oberbekleidung oder im Krankenhaus als Krankenschwester, das war dann so der zweite Beruf, aber ich möchte nichts anderes machen als Mensa. Mein Döner-Teller, dann würden alle Leute nachkommen. Man sollte eigentlich alles mal so ein bisschen ausprobieren, ohne zu meckern. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das wird euch folg均